hallo hier ist der martin von money monkeys das ist die jahresausblicksanalyse für das jahr 2023 damit verbunden wünsche ich euch natürlich erstmal ein gesundes neues und natürlich ein stets erfolgreiches jahr in dem ihr viel mit dem trend viel mit dem markt handelt wenig dagegen steht viel gewinnpositionen lang laufen lasst weniger verlusttrates den ganzen tag die ganzen wochen und die ganzen monate mit euch rumschleppt ich glaube damit habe ich schon mal die besten wünsche herausgegeben die die meisten von euch gut gebrauchen können weil in der realität ist es dann eben doch oft anders und deswegen nehmen das ruhig auch mal als motivation auch dieses jahr ein bisschen besser vielleicht zu agieren ein bisschen weniger nach seiner eigenen überzeugung zu traden ein bisschen weniger rücksicht auf die nachrichten zu nehmen bisschen weniger rücksicht auf die globale wirtschaftslage und so weiter und so fort und das was man uns in den nachrichten sagen wir mal vermittelt was wir glauben sollen das dann auf den markt zu projizieren in der regel läuft man damit nicht gut ja und das ist was die leute eigentlich jahr für jahr immer wieder feststellen was sie eigentlich jahr für jahr nicht erfolgreich sein lässt und trotzdem gibt es immer viele die wieder daran festhalten deswegen hier an dieser stelle gleich einmal wer kein verständnis dafür hat dass man einen markt nur rein technisch bewertet der kann bitte auch gleich direkt wieder abschalten wird mit meinem video nicht glücklich werden denn was wir hier machen ist wirklich ins detail zu gucken welche pattern bieten sich an welche punkte im jahresverlauf werden für uns wichtig um sachen zu verkaufen um sachen zu kaufen um bestimmte abschnitte eher long zu begleiten um bestimmte abschnitte short zu begleiten und das in gänze wird im ergebnis dann ich sag mal ein konglomerat aus verschiedenen szenarien werden aber es wird eben eines nicht sein eine analyse in der wir sagen die nächsten zwölf monate geht es nach oben rakete oben raus lang 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 ganze jahr durch oder das jahr wird komplett fallen so was können wir uns nicht hinstellen so was können wir uns auch nicht erlauben sondern wir sollten uns auf alles vorbereiten auf alles was passieren kann und entsprechend die jeweiligen abschnitte einfach ein bisschen rausstellen wo sich was lohnt zu machen so wie wir in der jahresausbrüksanalyse für 2022 gesagt haben wenn die 14.800 fällt dann sollte man sich absichern dann kann der markt bis 13.500 fallen wir haben uns angeguckt dass hier unten wichtige ziele sind bei 12.500 und auch bei 8.800 haben gesagt dass die gaps sehr attraktiv sind wenn der markt schwäche zeigt dass sie anlaufen kann das aber bestimmt in 22 oder wartet wir machen es anders wir schauen einfach in die alte analyse rein ich hatte das vor uns schon mal hier offen und wir schauen in die alte analyse rein das wird wahrscheinlich hier bereits zwölf minuten irgendwo sein wartet und hören sie einfach mal durch was haben wir im letzten jahr erwartet was haben wir tatsächlich dann gesehen und ich glaube so kriegt muss ein bisschen abgekürzt ja dann gucken wir jetzt erstmal an was wollten wir im vorjahr denn sehen was war unsere erwartungshaltung was ist gekommen und was können wir jetzt für das neue jahr eben mit erwarten so und dann schauen wir hier erst mal was wir zu oberen szenarien gemacht haben weil so werden wir auch gleich wieder rangehen wir werden uns obere szenarien also starke bullische szenarien angucken und wir werden aber auch angucken was muss der markt dafür machen dass es richtig krasses jahr wird nach unten raus und wie erkennen wir es ab wann erkennen wir es und ab wann sollten wir auf jeden fall reagieren ja und jetzt gucken wir erstmal was war 22 die erwartungshaltung ich schaue mir natürlich die videosumme auf zweifache geschwindigkeit an das tue ich euch aber nicht an deswegen gehen wir hier kurz auf standard runter wie werde ich jetzt persönlich handeln ich werde jetzt persönlich handeln auf basis dieser dieser aussicht dass ich mir den dax sehr sehr genau auf jeden fall jetzt die nächsten tage angucken würde weil was ich natürlich brauche um hier noch long zu handeln bis in die 16.690 17.270 rein das wäre definitiv erstmal ein überwinden von dem bisherigen doppeltop was wir drin stehen haben das heißt hier stand jetzt ich mach bloß kurz noch mal pause wir sind jetzt hier in der analyse von anfang oder ende dezember 2021 für das jahr 2022 das vergangenheit was ich jetzt hier gerade erzähle für den fall der fälle ja jetzt einer den faden verloren also das ist wirklich ein jahr zurück und die erwartungshaltung war halt hier bullische szenarien muss er drüber ja zum tag der eingesprochenen analyse für mich kein long ja es für mich jetzt hier stand jetzt keine long gelegenheit sondern wenn diese hoch überwunden werden würde ich gegebenenfalls vorhandene short positionen reduzieren long positionen aufbauen bis in den bereich um 16.690 17.270 bekommen wir dort rote wochenkerzen nach unten gestellt würde ich dann an dieser stelle in diesem bereich short positionen suchen und wir immer wieder über den hochs dann absichern und versuchen wieder runter zu traden in den bereich um 15.500 15.800 rein ich würde hier mal jetzt kurz den cut machen weil es ist ja nicht zum tragen gekommen wir sind nie über dieses hoch drüber gekommen aber wir benehmen behalten das mal im hinterkopf weil dieser bereich der wird als auch für 2023 dann wichtig werden so das war aufwärts man haben wir über abwärts nachher gesprochen ist irgendwie reingucken wartet man bestimmt hier so in dem bereich hattet da kommt der pfeil da sehe ich doch die hauptmaustran genau da hat man nämlich ursprünglich die verkeilung trainer und das haben wir dann angepasst für den jahrhaus ausblick 2020 22 haben wir gesagt bestellen oder warte mal vielleicht erzähle ich gleich noch mal so ich möchte hier eigentlich eher horizontal arbeiten und hier wirklich die kante ziehen und sagen also unter 14.800 unter 14 und da unter 15.000 läuft unser gefahr unterhalb aus dem muster rauszufallen ja das heißt in dem moment wo der dax jetzt hier sich irgendwann aus seinem seitwärtsmuster löst und unten raus fällt unter der 15.000 unter der 14.800 würde ich erwarten dass wir nach unten entsprechend das reaktionspotenzial wahrnehmen können und das dürfte in dem bereich um 13.000 ja 13.800 bis ich sag mal 13.400 erst mal reinreichen und hier wussten wir noch nichts von einem ukrainekrieg hier wussten wir nichts von dem inflationsthema was in 2022 aufkam ja das das war noch kein thema erinnert euch von einem jahr war das definitiv noch kein thema und es gab den krieg nicht gab noch nicht mal die bedrohungslage dass dort überhaupt ein krieg entstehen könnte im jahr 2022 ja und deswegen wir haben trotzdem gesagt unter 14.800 absichern short möglichkeit bis 13.300 so und da kann jetzt auch jeder für sich einfach noch mal ein bisschen revue passieren wie hat man denn selber reagiert wie ist man denn selber in dem moment mit dem markt umgegangen und dort gut reagieren können so dass wir festhalten können für den jahresausblick 2022 dass wir im dax aktuell gar keinen handlungsbedarf dringend hätten er befindet sich noch in einem kultur mustern im seitwärts muster könnt jetzt aber doch mal das ist also es ist richtig was wir gesagt haben ja es ist wichtig dass es doppelt top rausgenommen wird oder die 14.800 dazu die ausgangslage 2022 wir gucken auch gleich was wir gemacht haben aber ihr wisst dass wir sind einfach unten rausgefallen aus dem teil und wichtig ist mir jetzt noch wir hatten hier irgendwo auch die gaps mal besprochen das wird wahrscheinlich daher kommen hier zeit ist also hier in dem bereich können wir noch mal reinschalten im hinterkopf müssen wir behalten dass wir hier noch zwei relativ große offene gaps haben das ist einmal das us-wahl gap aus november da sind wir auch lockdown bedingt noch mal ein bisschen in den sicherheitsmodus gegangen auch us-wahl wird trump noch mal gewählt und so weiter und so dann war das nicht so es hat sich nach oben aufgelöst und relativ großes gap stehen geblieben im bereich 12.500 und wir haben hier unten noch ein ziemlich großes gap auch ein ziemlich großes gap wo ich aber sage da müsste 2022 wirklich einiges schon schief gehen dass das noch erreicht werden kann ich glaube wenn wir 2022 den dax unter 15.000 noch mal bekommen denke ich der kann sich relativ leicht die 13.800 bis 13.400 holen ich glaube aber nicht dass er unten alle beiden gaps schon zu bekommt das wird er nicht machen er wird deutlich wenn er wenn er wirklich fällt wird er deutlich langsamer fallen und mit deutlich weniger volatilität als er das 2020 getan hat weil nur so kommt er langfristig runter wenn er wieder so fallen wird wie im märz 2020 sind alle vorbereitet die pyramidisieren alle nach dem ersten tag schon short auf das klappt nicht da kommt geht ja direkt wieder nach oben das wird überhaupt nicht funktionieren also von daher würde ich denken also wenn unser dax wirklich was vorbereiten will was größeres eine größere korrektur einleiten dann muss er mindestens erst mal unter 14.800 runter vorher brauchen wir da gar nicht reden und dann merkt ihr eben auch schon so ein bisschen wie so eine analyse aufgebaut es ist eben keine hellseherei ich bin kein hellseher was ist ich kann nur sagen unter 14.800 haben wir schadzeitig einfach risiko warum ist das so das ist einfach so weil hier in diesen ganzen kerzen die hier sind ganz 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 viele marktteilnehmer positionen gekauft haben aktien gekauft haben et elf gekauft haben die dann alle im minus stehen in dem moment wo der bereich nach unten fällt so und das sorgt einfach dafür dass viele dann auch wieder verkaufen viele wir putzen abstoßen das bringt druck in den markt und das dürfte bis in dem bereich der käufer hier rein führen und die dann erstmal wieder stabilisieren dürfen wichtig ist es bloß sollte richtig stress reinkommen dass man das geht ein bisschen im auge behält weil das sind das sind auf große große ebene bis zu sich die ganz 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 großen ziele die die unten raus aktiviert werden können sehe ich aber 2022 ehrlich gesagt nicht also ich denke wenn wir die 13.300 also dass das eine gäbe das könnte ich mir noch vorstellen die 12.500 das untere gäbe wird ich jetzt nicht kommen aber ich mache hier mal den punkt weil das ist eigentlich jetzt der knackpunkt was wir im letzten jahr wissen haben wollten wir springen jetzt mal in das aktuelle das reicht eigentlich für das was wir letztes auch besprochen haben reicht das uns vollkommen aus wir haben besprochen wenn er oben raus will jetzt wäre wir haben stand december oder anfang januar gesagt das ist für mich noch kein long er muss erst hat dieses doppeltop wieder rausnehmen sonst doppeltop hätte natürlich erstmal gewaltkraft nach unten und wenn er dann unten die 15.000 die 14.800 über unterbietet dann rein in die 13.500 und wenn es stressig wird eben auch auf die 12.500 das war ja die kernaussage im im jahrsausblick und das kam dann relativ schnell der stress kam dann hier unten mit der ukraine ne oder kam später aber es soll auch egal sein ob ukraine oder oder was anderes oder auch nicht aber wir haben das gap geschlossen die 12.500 so wir haben dann im premiumdienst den moment genutzt und haben hier die haben hier unsere etfs ausgestockt haben später auch denen nochmal die hier neu dazu waren dann auch nochmal angeraten wo er wieder bei 12.500 stand dann nochmal eben das aufzukaufen wir hatten ja hier zum us-wahl tief bei 11.500 schon gekauft und wir haben bei im coronatief bei 8.900 und 9.000 knapp ohnehin ja mit unserem etf spartplan erst angefangen gab dann hat man hier nochmal ausgebaut 12.500 nochmal ausgebaut so und jetzt wird das natürlich dann auch interessant wie gehen wir jetzt weiter damit um was machen wir jetzt im neuen jahr mit unseren positionen und insbesondere wie können wir jetzt weiter erwarten aber ihr merkt diese diese was was wir sehen wollten dieses langsam abgleiten dieses eben nicht komplett volle pulle durchziehen das hat der im grunde schon gemacht und die aussage die ihr vielleicht da jetzt auch ein bisschen raus gehört habt ist wenn da was längeres unten raus einleiten will dann muss das langsam machen und dann muss die 12.500 schon mal anlaufen dieses jahr um die 9.500 dann im folgejahr zu greifen und jetzt kommen wir in den punkt wo ist denn von unten wir haben hier schon mal ein update gehabt in der analyse den fall hier den kennt ihr quasi so aus dem letzten jahres ausblick nicht ja den haben wir später reingesetzt weil das das rücklauf ziel ist aber würde unser dax jetzt tatsächlich hier wieder eintauchen wollen nach unten rein und uns wegbrechen richtung 9.500 im jahr 2023 muss er sich ganz schön ran halten wenn wir das jetzt mal hier auf einen zeitstrahl einfach packen und mal sagen okay 9.500 hier wäre unpassend 9.500 ja also wenn er fällt das das geht ja der kann ja nicht so schnell fallen das müsst ihr mindestens so in die richtung so dass er wahrscheinlich frühestens ende des jahres auch überhaupt erst da ankommen kann ja einfach vom timing her schafft das nicht eher aber dann wäre das wieder ein komplettes jahr was er eigentlich durchfallen würde und er müsste im februar damit dann jetzt spätestens anfangen eigentlich hätte ich schon im januar anfangen müssen im januar ist mir schon deutlich zu stark aber was ich eigentlich sagen will diese tiefs hier diese bastion diese lange bastion diese 15.000 14.800 das ist eigentlich aus jahressicht jetzt so der bereich wo man wirklich sagen muss dreht er sich jetzt hier nach unten und klackert uns hier unter die tiefs einfach wieder drunter sollte man davon ausgehen dass der hier auch nach unten einfach wieder weg strahlen kann und deswegen würde ich hier große trigger anlegen und sagen unterhalb von 13.500 13.800 hat der dax erhöhtes risiko wieder auf 2022 tief zurückzufallen sollte er dann darunter fallen und auch dieses us-wahl tief unterbieten würde ich dann tatsächlich auch erwarten dass wir in die 9.500 reingehen wie gesagt eher gegen ende des jahres dann gegen wirklich späten ende des jahres und er müsste und sich die nächsten wochen jetzt hier halt dann auch wirklich mühe geben neues allzeithoch zu vermeiden machte nämlich neues allzeithoch schließt er diese variante eigentlich vollkommen aus ja machte neues allzeithoch wird er im laufenden jahr 2023 keine neuen tiefs drunter kriegen das geht glaube ich physisch technisch nicht also man sollte nie niemals nie sagen an der börse aber er kann ja das nicht noch mal bringen halt ne er kann nicht noch mal dieses dynamische nach unten klatschen bringen der markt ist einfach zu vorbereitet da drauf der wird es sofort immer würden wieder alle anfangen mit hochgebenden positionen sofort auf zu pyramidisieren nach unten und das der muss muss wenn er fallen will muss er genauso fallen wie er das 2023 2022 gemacht hat genauso wie wir das eigentlich haben wollten und auch gesagt hatten für die schwachen so nachher für die schwachen so jetzt nehmen wir aber mal hier oben das mit das hat er ja nicht bearbeitet im letzten jahr sollte unser dax also dieses jahr durchziehen und hier stärke zeigen und eben nicht komplett umkippen sondern einfach hier nach oben weiter tüteln dann sollte man schon einplanen dass der locker da oben in den bereich eben auch rein laufen kann und das kann dann bedeuten dass der uns schon vielleicht sogar im märz schon neues allzeithoch stellen kann ja bitte trennt hier aber wieder ganz klar wir müssen hier wirklich sagen das sind das ist ein starkes szenario und das ist ein schwaches szenario ne das heißt wie trade ich das selber ich würde das einfach so selber traden wenn wir jetzt im dax auch mal wieder ein bisschen so kleinere rückläufe haben mehrwöchige seitwärtsphasen wo der sich bloß leicht abflacht und aufdreht dann würde ich schon davon ausgehen dass er einfach weiter schieben kann und das noch voll macht ne die zone zieht sich so im bereich zwischen 16.500 bis 17.200 und wäre eine mögliche erste welle und wenn man mal nach elliot wellen theorie auch ein bisschen geht weiß man ja dass ein impulsiver anstieg fünffällig laufen kann und das könnte dann in die richtung tatsächlich im jahr 2023 auch rauslaufen wäre ein extrem bullisches muster wäre ein extrem bullisches szenario ist aber genau so echt auch wirklich möglich aus dem einfachen grund dass er wie sau durch bullert der ist seit september seit oktober sowas von am durchdrücken dass man wirklich auch festhalten muss dass wir hier auch eine richtig krasse over performance im dax haben der ist stärker als manche us-indizes der ist stärker als alle us-indizes ja momentan das ist man vom dax nicht gewohnt und das sollte man auch aufpassen dass man das nicht als dass man sagt der dax ist immer stärker als die us-indizes das ist nämlich bullshit das stimmt nämlich überhaupt nicht ja das war die letzten drei monate so aber man muss dann wirklich auch sagen bleibt es denn dabei ich weiß vielleicht der euro ist dollar einfach weiter ab den gucken wir uns nachher auch gleich noch an ist dieses szenario nicht auszuschließen stellt euch mal voll euro ist dollar macht auf 80 70 cent runter dann ist das szenario hier voll zutreffend und auch möglich das heißt wie gehe ich davon um ich habe das auch schon gegen weihnachten im premiumdienst hat man auch schon so einen kleinen vor jahres ausblick mal gestartet da habe ich auch schon gesagt der bereich hier so zwischen 14 800 und 15 200 ist für mich am wichtigsten darüber bin ich wirklich eher gewillt in neue allzeithochs rein zu long immer wieder long auch aufzubauen immer wieder long zu suchen wenn wir sehen wir haben plus dreiecke flaggen irgendwelche kleine range phasen die nach oben wieder auslösen dann wieder neue long position suchen und das würde ich tatsächlich bis hier oben rein durchziehen und auch hier dann tatsächlich erst darüber nachdenken vielleicht mal erste teilverkäufe von unseren etfs zu machen es wäre mir einfach zu schade die vorher schon zu verkaufen und wenn der da oben ist da oben in der 17.000 dann kann ich mir beim besten will nicht vorstellen warum der dann da noch mal eine harte umkehr reintreten soll also vom einfach vom muster her denn was soll es werden dass das würde das würde nach man soll nie nie sagen an der börse und auch nicht nach der charttechnik und uns fällt bestimmt auch was ein wenn er dann da oben ist um dem weiter unten raus zu geben aber das sind dann immer alternativste nachher und wo man dann sagt okay man geht jetzt den rücklauf und dann guckt man am tief noch mal wie verhält das sich aber grundsätzlich sollte man schon davon ausgehen wenn der weiter durch bullert dass der einfach das zeug und das potenzial dazu hat wie ein bekloppter hier richtig performance aufs parkett zu legen ja und dementsprechend sollte man mit vorhandenen short position sollte man mit neuen position das risikomanagement im auge behalten naja nicht dass man jetzt schon da steht bei 15.100 und sagt das ist total übertrieben krasse scheiße was der hier macht da gehe ich jetzt short jetzt kann er nicht weiter steigen und dann steht man ende des jahres da bei 19.000 und sagt wann fällt denn die scheiße wieder wann fällt denn das wieder und dann dann ist zu spät dann dann ist man so handlungsunfähig und das ist leider das was wir ganz oft bei unseren mitgliedern auch immer merken die kommen immer zu uns erst wenn das kind total in den brunnen schon gefallen ist und dann kann man niemanden mehr helfen ich kann niemanden der dann im short von 15.000 offen hat bei 19.000 noch irgendwie versuchen aus der aus dem dilemma raus zu helfen das kriege ich nicht hin ja am anfang geht das gut wenn man wenn jemand früh gleich fehler mitkriegt risikomanagement außer acht gelassen er hat seinem depot plötzlich eine chance gegeben das auf null zu rasieren das ist immer ein alarmsignal ja müsst ihr immer sagen an der börse kann alles passieren gehen wir mal von dem oberen extrem oder von dem unteren extrem auf trifft eins von beiden ein wird ich komplett zerstört werden das darf nicht passieren ja man muss immer absichern und sich letztendlich dafür hüten dass man hier voll nackig gemacht wird und das das sollte man glaube ich ein bisschen einfach vor augen behalten diese impulsive anstiegsmöglichkeit wäre nach elliot wellen theorie jetzt letztendlich einfach eine neue impuls trend bewegung nach oben die angelehnt ist an dem was wir hier haben guckt euch an was der dax quasi direkt hier auch raus geholt hat auch von der von der von der von der strecke her dann sind wir hier im ersten bewegungsabschnitt guckt mal 5000 punkte gelaufen dann ist hier ein bisschen runter gekommen 2000 punkte runter und ist noch weiter gestiegen und in der in der in der gesamtsubstanz 8000 punkte am stück durchgestiegen in zwei jahren und das könnte er dann im grunde genommen von hier locker auch wieder nach oben hinstellen und guckt mal nur mit dem was wir hier drin haben sind das hier schon 5000 punkte im ersten anstieg ne das wäre quasi das von hier bis da und im gesamt wären das dann auch knapp diese 8000 punkte und dann hätte er nichts anderes gemacht wie dieses corona tiefswelle dann ein jahr korrektur und dann jetzt noch mal zwei jahre bull one nach oben und es wäre ein ganz klassisches pattern vom markt in dem sich zwei bewegungswellen einfach aneinander reihen mit einer unterbrechungswelle dazwischen das ist ganz klassisches pattern und würde dann hier reinpassen und das sollte man einfach ein bisschen im hinterkopf behalten ich persönlich kann mehr also es ist nicht mein ideal szenario für den für dieses jahr muss ich sagen ich würde das nicht favorisieren aber ich würde niemals niemals sagen dass ich deswegen weil ich nicht daran glaube jetzt nur noch short suche na es ist ganz 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 wichtig auseinander zu halten man muss es aber einfach im hinterkopf haben damit man eben weiß okay solange hier grüne wochen und monats kerzen sind halte ich mal die welle flach auf der short seite suche eher long position bis hier oben rein hier oben nehme ich dann einfach mal gewinne mit nehme einfach mal raus hol mir auch vielleicht meine depot absicherung rein warte bis der wieder ein bisschen abgekühlt hat bis der wieder ein bisschen zurückgekommen ist ja und wenn man merkt okay der hat jetzt hier keine ahnung drei vier monate einfach zur seite runter geflackert und fällt aber einfach nicht richtig dann kann man langsam wieder anfangen die aktion rein zu kaufen und an die letzte welle einfach noch mitnehmen und dann hat man gutes jahr geschafft ja das meine erwartungshaltung im bullischen szenario im negativen szenario habe ich euch das gerade schon vorhin gezeigt negativ szenario wäre für mich er dreht sich jetzt im bereich 14.800 15.200 wo wir ja jetzt direkt drin stecken hier jetzt langsam wieder um klappert diese diesen jahresauftakt erstmal auf die nächsten keine ahnung bis mitte februar irgendwie wieder zurück lässt sich hier langsam zurückfallen steigt noch mal kurz an baut hier vielleicht ein sks rein ja das hat auch einer in youtube kommentaren gestern geschrieben ist vollkommen richtig auch möglich aber es muss halt auch erst kommen jetzt ist es viel zu früh um von der sks zu sprechen aber das würde gut passen ja dann lässt das sich runterfallen unter 13 800 unter 13 500 bin ich dann an dem punkt wo ich sage für 2023 da muss ich meine depots absichern dann muss ich gucken dass ich irgendwann mal wieder einen short rein ziehe weil der markt einfach zu viel risiko dann hat mir wieder auf eine 12.000 auf eine 12 500 zu fallen aber eben auch tiefer zu fallen richtung 11.500 und sogar richtung 9.500 richtung jahres ende dann inhalten richtig schwachen dezember hinzulegen ähnlich wie wir es 2018 hatten wo es dann so einen richtigen sellout noch gab bis weihnachten das würde dann hier richtig gut reinpassen und es wird sich alles relativ zügig hier in dem bereich wahrscheinlich schon entscheiden ja zügig entscheidend bedeutet aber nicht dass der nicht ein zwei wochen hier pause machen darf oder zur seite laufen darf das dafür immer das wäre vollkommen okay wichtig ist halt bloß wo triggert er durch was wie geht damit ja das heißt seht ihr den markt hier oben muss man nicht jeden tag short suchen ja und und so sollte man glaube ich mit einer analyse umgehen es geht mir nicht darum zu sagen es wird dieses jahr gut oder schlecht sondern ich will euch einfach die bereiche zeigen in denen der markt eine bestimmte tendenz einfach eher haben wird oder eine höhere wahrscheinlichkeit auf einer long seite höhere wahrscheinlichkeit auf einer short seite und das bedeutet nicht dass man jetzt im januar sofort ein trade machen kann sondern man kann sich diese analyse auch im märz im juni im august im dezember noch mal mitnehmen damit man eben dann auch so eine punkte hier 14 800 12 500 das was in der analyse besprochen wird das werde auch gleich noch sehen bei s&p und so das ist auch alles so kommen wie wir es da gesagt haben nicht nicht weil wir gesagt habe ich der markt wird schwach werden dieses jahr nein sondern wir haben gesagt wenn er da unten das macht dann punkt aber wir gehen da jetzt wir gucken jetzt den s&p noch mal an was mal s&p 2022 gesagt haben und dann gucken wir noch auf gold und eurozeller euro us dollar und hier würde ich jetzt aber den cut erstmal für den dax machen ich glaube so können wir das ganz gut stehen lassen so sind wir vorbereitet ihr wisst wo man sich absichern sollte wo risiko in den chart kommt habt auch bitte im hinterkopf dass eine chartanalyse nicht immer auf gehen muss das heißt man sollte immer ein stop loss verwenden wenn das entsprechende szenario das man antreten möchte nicht anfangen zu greifen reißleine ziehen aussteigen ziel für 2023 für euch sollte sein dass ihr länger grüne position im depot haltet als sie sie rot halten und wenn ihr das macht seid ihr schon mal auf einem guten weg auf ein erfolgreiches neues jahr 2023 wenn ihr das dann vorher immer anders gemacht haben okay also das soweit zum dax dann gucken wir mal was wir vom s&p wollten natürlich jetzt die frage wo haben wir hier drin ein bisschen rumfummeln s&p da sieht aus wie s&p da und gekritzelt hier wahrscheinlich anfangen ja hier fangen wir an zu zeichnen also gucken wir mal rein was wir hier haben wollten so wartet mal können wir das eigentlich so machen und hier mitnehmen also die erwartungshaltung ist hier tatsächlich so lange hier noch grüne kerzen drin sind und bleiben dann kann der s&p erstmal deutlich durchaus weiter steigen das machen was er die ganze zeit macht denn ein trend hat im zweifel immer erst mal vorrang und bleibt so lange trend wie er trend ist so lange ein trend gilt immer so lange bis er gebrochen ist und gebrochen wird ein aufwärtstrend erst mit richtig tieferen tief und dafür wäre das hier wichtig das tiefere tief müsste brechen dann bekommen wir im s&p ganz klare verkaufssignale das heißt jeder der irgendwie long etf's drin hat der große s&p position in aktien auch hat der sollte dann gegebenenfalls über absicherung nach unten nachdenken weil die dann durchaus in dem bereich vor auf diese vor corona hochs noch mal zurückgehen könnten halt definitiv also da würde ich mir kursalarm einfach reinlegen auch unter details sollte ich mir kursalarm reinlegen aber solange der jetzt hier bleibt die als eine rote kerze wochenkerze bringt da bringt da noch keinen umbruch da müssen wirklich die tiefs wegfliegen dass dort entsprechend auch ein bisschen was passiert gut dann soll das reichen dann gehen wir mal hier auf den s&p gucken uns den mal hier an was wollten wir sehen was haben wir gehabt hier ist noch ein bisschen was anderes gekritzelt drin wir haben gesagt grundsätzlich kann er weiter steigen bricht aber die tiefs und das hat er dann schon in der zweiten woche nach eingesprochene analyse getan bricht er hier das erste tief sollte bis hier runter von hier hat man gesagt mit doppelbotenschance und so hätte auch noch mal das zeug gehabt richtig loszusteigen hat er aber nicht wahrgenommen hat er ist hier dolle verkümmert auf etwa 50 prozent der bewegung und dann weiter abgefallen und tatsächlich bis in die zielregion hier 13 600 für 13 400 gelaufen die hier noch avisiert war so dass hier eine absicherung auf jeden fall sinn gemacht hat und auch aktuell sogar ja letztendlich noch aktiv wäre ja das muss man ganz klar sagen der s&p ist noch im abwärts trend drin der es sieht ganz viel schlechter aus als der dax aber nicht nur der s&p auch der nasdax sieht richtig schlecht aus ich lasse jetzt hier aber erstmal nur bei einem so und da sehen wir jetzt hier abwärts trend sozusagen noch aktiv ist es kein dynamischer abwärts trend dass es sieht fast aus wie eine kleine flacke wenn man das so will es vorher viel dynamischer gestiegen als er also gefallen ist aber die kerzengröße war hier höher das heißt wir wahrscheinlich auch höhere umsätze gehabt haben und damit wird jetzt hier definitiv interessant was der s&p macht für mein geschmack ist der nämlich noch nicht raus aber er hat jetzt hier tatsächlich na muss man schon sagen den trendbruch direkt vor augen und den trendbruch ignorieren sollte man einfach nie geht uns der s&p also über in den bereich von 4400 rüber dann hat er auch hier eine einjährige korrektur abgeschlossen mit trendbruch der wahrscheinlich jetzt schon nächste woche kommen kann oder am dienstag schon kommen kann aber wir sind im wochenchart das heißt immer erst die geschlossene wochenkerze gilt und dann könnte er noch mal so eine bewegung nach oben repetieren hat man auch ganz schnell bei die höheren zielen und deswegen kann man schon so sagen okay wenn der s&p jetzt hier durchgeht ist dann auch ähnliches zu erwarten dass der hier so warte mal jetzt fehlt mir die trigger linie also dass man sagen kann also insbesondere über 14 400 wäre ich da deutlich positiver für den kerl wieder und würde dann denken neues allzeithoch wäre als erstes dran dann noch mal rücklauf und dann mal hier richtung 5300 43 das war unser altes ziel auf der oberseite wenn er noch weiter performt das könnte dann noch mal ansteuern dann sollte er sich aber ähnlich wie wir das beim dax gesagt haben hier in dem bereich jetzt wegdrehen und er macht zum beispiel einen fehlausbruch ja drückt sich jetzt mal beispielsweise hier bloß noch mal so einmal rüber kippt uns dann an wartet man kippt uns dann hier weg würde das noch nicht zwangsweise direkt ein ein eine trendumkehr nach unten aktivieren aber würde der dieses tief hier unterbinden diese 13 67 und da könnte man sich jetzt auch schon wieder ein kurs alarm hinlegen hat er echt schon wieder richtig risiko auf den kessel dann würde wahrscheinlich hier runter laufen auf die 34 25 zurück an seine trendlinie und dann mal hier richtig durchschmatzen und dann haben wir bei ihm tatsächlich hier dass eines dieser gaps die im dax so wichtig sind bei 24 97 2 warte mal 24 47 40 ist hier das gap machen mal eine horizontale linie hier dran horizontale linie hier und da hier ist auch noch so ein großes gap und das wären dann die beiden zielstationen die der smp wahrscheinlich ansteuern würde wenn er jetzt ja auch wieder abverkauft ja und von daher können das so eigentlich auch für den smp als jahreserwartung stehen lassen ich denke wenn er das hier macht wird die unten bis jahresende dann auch relativ schwach tendieren und deswegen sollte man unter 3750 36 50 also zwischen 37 50 36 50 alles was drunter ist egal ob das im februar ist im januar ist im märz ist im april mai im juni juli august september oktober november ist wird ich eher schort so ja oberhalb dann würde ich tatsächlich zum long greifen wir haben hier ein kleines geld noch das könnte noch geschlossen werden im bereich um 4 231 und dann würde ich aber dort aufpassen wenn der dann halt wieder richtig um kippt und umdreht machte nur ein pullback auf den trend und rennt dann wieder hoch ist auch fein aber auch alles was über 4400 ist im jahresverlauf wäre für mich eher long das heißt im smp wird ich tatsächlich so ein bisschen handhaben wie im dax letztes jahr und sagen hier aktuell eine position eröffnen hätte ich nicht bock zu ja wüsste ich jetzt nicht long oder short wegen abwärtstrend oder long wegen ausbruch wäre jetzt hier einfach noch zu früh ich würde jetzt hier tatsächlich erstmal noch ein bisschen abwarten gäbe close da oben vielleicht mir mal angucken oder prallt er jetzt vielleicht auch sogar direkt schon von der linie ab kann ja auch sein prallt hier direkt schon von der linie ab schmeißt hier mal drunter alles möglich ja und von daher hier einfach noch ein bisschen geduld und den einfach zu späteren zeitpunkt dann noch mal vor die lube holen und gucken was man damit machen kann okay dann das zum smp würde ich damit auch zu machen dann gucken wir noch was wir zum euro s dollar gemacht haben ich glaube das kam hier jetzt im video direkt danach momentan hier kleines wie dreieck so richtig so ein bisschen nach dem dreieck dann würde das jetzt hier einfach abgrenzen mal auch unterseitig würde hier sagen also wenn das dann irgendwann nach oben aufgelöst wird dann kann das teil auch locker da bis 1 30 noch hoch müssen einrücken hier aber eben auch sollte sich unten lang handeln dann kommt hier noch mal so eine kleine reaktionsmarke so und jetzt sollte man noch mal drauf passen weil das ist ja tatsächlich der euro soll das glaube ich ja relativ schwach gewesen außer dann zum jahresende hin ja das heißt hat die unteren szenarien angesprochen aber auch hier so einfach für den umgang wie ich gehe ich mit der analyse um fürs naja einfach noch mal gucken was haben wir erwartet wie haben wir es besprochen und was ist tatsächlich kommen und was habt ihr vielleicht raus gemacht und da wird er vielleicht ein oder andere merken hätte mehr drin gewesen bei mir selber dann ja so weil man einfach das dann auch macht was was geplant ist das was man sich vorher vornimmt und dann merkt man auch schon eigentlich ist es vollkommen egal was die nachrichten machen es ist egal ob es steigt oder fällt wichtig ist dass man die punkte identifiziert an denen man das geld verdienen kann und dafür soll die analyse eben dienen nicht dafür zu sagen das wird jetzt ein jahr alles nur steigen oder es wird ein jahr alles nur fallen ja sondern wirklich zu gucken okay wo kann man einfach schön traden wo kann man sachen kaufen kann man sachen verkaufen damit man hier einfach sinnvolle technische unterstützung einfach in dem moment hat und dann merkt ihr auch kann ich mir gar nicht erlauben da irgendwelche fundamental daten geopolitische szenarien oder sonstwas mit einzubetrachten weil das würde mir das alles kaputt machen dann würde das nicht funktionieren denn all das was bei 25 gekommen ist konnte man ja so auch nicht vorhersehen und trotzdem ist es genauso gekommen wie es technisch gezeichnet worden aber das gucken wir uns jetzt hier noch weiterführend an und dann muss man auch sagen sollte das fallen dann also unter 17 glaube ich macht er dann machte durch die parität durch so also so wird ich mit den euro s dollar einteilen das heißt sehen wir stärke sehen wir grüne kerzen würde ich durchaus long position versuchen aufzubauen bis in den bereich um 122 rein brichter dann dort 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 wird sie tatsächlich auch einstellen erstmals wird sie wird sie schließen im bereich um 122 und wenn er den bereich aber wirklich nachhaltig auch überwunden bekommt und das schön durchgeht die dann auch wieder eröffnen und dann noch die nächste meile versuchen bis 1 30 durch zu handeln sollte er weiter sollte sich schwach zeigen oder zum beispiel auch von das hier ist eher eigentliche short zone einen kleinen short zone ihren bereich um 1 15 3 sollte von dort zu deutlich nach unten durch ballern dann hätte dann auch potenzial auf die kante hier drauf das wäre auch noch mal eine long chance dann fürs jahr gesehen und richtig shorten eigentlich würde ich ihn erst wenn er dann hier unten aus dieser aus dieser trendbegrenzung unten raus fällt ja so wird ich mit dem euro ist dollar für 2022 so soll uns auch reichen wir gucken uns noch an was hat er tatsächlich gemacht warte das ist gold da gucken auch gleich noch drauf das ist für den arsch gewesen 2020 aber wir gucken hier noch mal auf dem euro ist dollar was was wollte man sehen was sollte machen wir hatten hier drüber gesprochen die 1 15 3 könnte noch mal gut nach unten drehen die hatte glaube ich gar nicht mehr getroffene wo war das jahr zu ende genau die hatte so nicht mehr getroffen hat schon von 1 15 deutlich nach unten gedreht dann ist er ja an diese lange chance ran hat das wunderschön reagiert nach oben richtig shorten unter 1 keine ahnung was habe ich gesagt 1 8 ja durch die parität einmal durch auch das haben wir gesehen und sind jetzt im pullback an das dreieck und jetzt wird es interessant auch in kombination mit dem was wir für den dax haben wir ja viele immer davon ausgehen dass der dax eher steigt wenn der euro ist dollar fällt sollte nämlich dieser kreppel hier jetzt hier bloß ein pullback machen ein bisschen überschuss darf er haben ja also dürfte sogar hier seine 200 wochenlinie einmal antippen aber das wird er glaube ich gar nicht brauchen sollte der nämlich der kerl jetzt hier in dem bereich umdrehen und hier wieder kehrt machen rote wochenkerzen rote monatskerzen aus dem bereich 1 8 bis 1 10 nach unten raus stellen dann kannst du fast davon ausgehen dass der richtung 90 dann fällt dass der auch weiter fallen kann richtung 87 85 82 das heißt in dem moment wo der jetzt hier vielleicht ich sag mal hier rein sticht hier wieder zurück sticht wäre durchaus denkbar dass der sich dann noch mal an dem neuen tief einfach probiert er wird das wahrscheinlich ein bisschen heraus ziehen ich muss das so ein bisschen das ist realistischer aussieht so was so wird das wahrscheinlich gut auspassen oder ist fast zu naja nee das sieht nicht gut aus dass das chart hat immer eine gewisse symmetrie eine gewisse harmonie wir machen wir halten es einfach mal fest wir gucken uns hier das tief an 1 4 8 das wäre für mich erstes signalgeber richtung richtung 1 hallo so machen das so unter 1 4 7 kriegt er hier auf die 1 also genau auf die parität zu dann nochmal ziel und unter parität sollte man davon ausgehen dass der ja auf neue tiefs kann auf neue tiefs und das würde natürlich dann in dem maße einen dax noch mal deutlicher begünstigen ja so weit das auch wenn bitte das nee jetzt habe ich scheiße erzählt ich möchte nämlich immer nicht dass ihr meint und glaubt wenn der euro ist oder steigt oder fällt dann muss der dax ich sag's einfach bloß weil viele immer so denken ja aber im endeffekt ist mir das egal die können auch beide gleichzeitig fallen ja und das wäre mir auch vollkommen egal wenn der eine unten triggert und der andere unten triggert dann wird halt beides geschortet dann ist doch uns egal was alle anderen denken und was in den büchern drinnen steht über ökonomie und über zusammenhänge von forex und währungsbahnen und sonstigen gefügen markt gesetze und die ganze theorie kacke die überhaupt nie funktioniert lasse ich dann einfach über bord fallen und sage mir okay muss auch irgendwo ein bisschen praxisnah bleiben dann wird halt das gehandelt was funktioniert und wenn ich einen markt handel der mir schwach ist und der unten rausfällt und unten durch triggert und ich short den dann habe ich viel hohe trefferquote als wenn ich das handel was mit die lehrbücher von irgendwelchen ökonomie professoren sagen was dann aber so überhaupt nicht am markt passiert ja und von daher wir gucken mal was das jetzt hier mit dem pullback wird ist eine sehr interessante stelle hier im bereich um 1 9 aber wie gesagt ihr dürft auch leicht überschießen ich sag mal 1 12 ist möglich wir haben auch einen börsentag in münchen hier mit einigen die hat mich gefragt na martin mit mit 1 euro hier parität was denkst du da habe ich auch gesagt lass den erstmal wieder hoch lass den mal hoch bis 1 10 1 12 1 15 vielleicht sogar aber ich würde 1 15 gar nicht mehr sehen wollen ich würde jetzt tatsächlich sagen hier im bereich um 1 8 bis 1 12 wieder nach unten umdrehen das würde gut reinpassen und alles was drüber geht würde wahrscheinlich in konterrichtung oberkante werden und dann gäbe es hier oben fehler ausbruch dann von hier wieder in die mitte zurück in 2024 bis dann vergeht aber viel zeit ja aber der bereich wird jetzt erst mal entscheidend der wird dafür richten ob es oben oder unten rausgeht so dann haben wir euro s dollar im kasten gucken wir kurz noch auf gold aber da will ich kann ich nichts zu sagen da können wir die gleiche analyse von letztem jahr einfach wieder nochmal nehmen und sagen okay das hat jetzt eine zur seite geschoben haben wir letztes jahr gesagt kann oben muss halt zeigen ob es oben oder unten rausgeht hat es nicht es ist weder oben rausgekommen noch es ist unten rausgekommen es hat oben mal gekratzt es hat unten mal gekratzt aber seit seitwärts gelaufen und naja würde ich hier fast auch eher wieder dazu tendieren zu sagen okay wir rechnen mal erstmal noch nicht mit zu viel ja lassen uns auch noch nicht zu sehr blenden von diesem dynamischen anstieg vom tief weg na sollte der nämlich jetzt wieder umkippen dann ist ja erstmal range noch nicht auszuschließen aber man muss aus technischer ebene eben auch festhalten das hat hier wenn wir uns das jetzt hier so ich sag mal so ein bisschen so angucken diese 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 dynamik mit der gestiegen ist wenn er das jetzt hier wieder so anzieht er hat halt durchaus das zeug durch zu ballern jetzt also ich sag mal aus aktuellem stand heraus mit so grünen kerzen kann gold wenn es bock hat auch wirklich hoch und deswegen würde ich persönlich oberhalb der allzeit hoch oberhalb von 20 68 20 sogar 20 schon 2000 würde ich oberhalb von 2000 dollar würde ich eher nach long suchen als nach shorts wenn es aber auch bloß wieder einen fehlausbruch macht wie hier unten dann kann man das auch da oben direkt wieder wegschorten aber man braucht mindestens eine rote monats kerze eine rote monats kerze oben vom doppeltopf weg und man kann das wieder komplett einmal durch die range durchschorten ja aber so wie es jetzt anfängt anzuziehen spräche das eher dafür dass es richtig durchbauen kann wichtig wäre aber dafür noch mal die abgestoßen januar kerze tatsächlich dann auch zu sehen sollte das nämlich jetzt die nächsten zwei wochen einfach bloß implodieren und auf 1 8 24 liegen bleiben dann wird es eher noch mal weg kippeln sehen und dann bleibe ich auch dabei unter 1 7 unter 1 6 80 ist gold für mich short kandidat definitiv und hier drin ist einfach range okay damit bin ich sozusagen mit allem erstmal durch wie gesagt nehmt euch die punkte einfach immer mal wieder ein bisschen mit vor augen nehmt es nicht zu genau nehmt es nicht zu also was heißt nicht zu genau aber ähm versucht mit dem markt einfach mitzugehen ja schaut euch die wichtigen reaktionsbereiche die zielbereiche ein bisschen an versucht auch darauf zu zu handeln ähm ne dass man auch sagt okay von da oben wenn wenn jetzt jemand sagt okay von hier oben erwarte ich dass der mark fällt dann fangt nicht an hier schon zu shorten weiter auszubauen bis da oben rein um dann von da oben short zu handeln sondern traut euch auch mal da in die auch die letzten meter in die zone rein halt noch long zu suchen bis in die letzte meter rein und dann erst wenn wir wirklich umkehrsignale kriegen auch short zu haben das ist auch so ein punkt was viele immer verkehrt machen halt ne die sagen mir martin da oben 1 6 6 80 das sieht interessant aus würdest du dann shorten ich würde jetzt alle 100 punkte anfangen aufzustocken das warum warum denn dann aufstocken und da oben bis da oben short handeln wenn man doch ausgeht dass es bis da oben steigt dann kann man doch bis dahin noch long handeln und ähm mitgehen halt ne und von daher wir gucken mal was er jetzt hier in der 15 200 macht oder oder 14 800 bis 15 200 bin ich auch sehr gespannt wie die nächsten zwei handelswochen werden oder wie der januar insgesamt abschließt januar ist schon ein bisschen federführend für das komplette jahr ne und und ähm wenn er sich gut macht dann kann der locker noch bis mitte märz durchschieben ja kann ein schönes lokales mitte märz hochsetzen dann ein bisschen zur seite korrigieren über den sommer und dann oben schon mal raus bollern mal einen grünen september grünen oktober grünen november reinknallen ja wäre auch wäre auch mal eine ausnahme oder wäre auch mal was anderes sagen wir mal so okay ich hoffe euch hilft das denkt ansonsten auch daran wir haben ein seminar jetzt die nächsten wochen am 25 26 februar 2023 für alle die die sagen nee alter ich brauche irgendwie ein bisschen noch mehr an die hand ich will das auch selber können ich will wissen warum wo wie welche linie gezogen wird ich will wissen wo die gesetze herkommt wo ich will wissen wo das herkommt was du da sagst ne welche auf welcher basis das beruht wie ich das selber ermitteln wie ich die linien wie ich die ziele bestimmen kann wie ich weiß wo ich meine stop loss hinlege wie ich überhaupt weiß wo ich mal long gehe und wo ich mal short gehe ja die einfach da ein bisschen setup wollen auch diejenigen die sagen okay ich weiß das alles schon ich weiß wie ich ein fieber ziehe ich weiß wie ich eine trendlinie ziehe und ich trotzdem nichts bei rum ja auch für die haben wir sachen mit an der hand wo wir sagen können okay das hat mir geholfen ich habe ja früher auch wie wie die letzte drecksau gehandelt ja also ich habe geld rausgehauen ohne ende bis mir erst mal klar geworden ist dass das alles nicht so funktioniert was ich gemacht habe und was ich mir angelesen habe und was ich aus büchern hatte und das hat dann schon eine ganze weile gedauert bis man den dreh raus hatte und auch sagen konnte okay das sind setups und dann sind wir kann man schon sagen auch an unseren mitgliedern unheimlich gewachsen ja in dem moment wo man ich sag mal tausend leute begleitet die alle oder ich sag mal von denen ich sag jetzt mal einfach die hälfte es nicht schafft und die andere hälfte schafft es man weiß man sieht ja ganz genau bei den leuten okay was hat dem jetzt geholfen was hat dem anderen nicht geholfen was was hat dann kommt vielleicht einer und sagt okay martin ich trade das setup aber ich trade auch noch das das habe ich woanders ja das funktioniert auch super und schub die wupp hat man unheimlich gutes repertoire von hilfestellungen die man anderen leuten geben kann und ich glaube das ist nicht nicht alles nur mein persönliches gedanken gut aber ich sage in der regel auch wo ich es sonst her habe ja wie gesagt wer da lust drauf hat zwei tage in magdeburg der kann gerne nach magdeburg kommen kann sich das mit angucken vor ort sich einmal den kopf waschen lassen auch mal drehen lassen damit man immer schön mit dem markt handelt nicht so lange die verluste offen hält und so was das kann man ja alles trainieren das kann man einfach auch ein bisschen durch mein set rauskriegen und reinkriegen und der kann dann gerne kommen wer sagt okay nee das ist mir zu weit weg haben wir auch eine online aufzeichnung vom seminar kann man sich auch bei uns auf der seite angucken und joa dann wünsche euch viel erfolg gutes gelingen und dann hören wir uns die tage über jetzt im laufenden jahr für die jeweiligen tagesausblicke oder für diejenigen die bei uns im dienst auch drin sind auf der webseite ja eigentlich tagsüber den ganzen tag ich wünsche euch was hoffe euch hat das geholfen hoffe euch hilft das auch auf ihr macht was raus und guckt euch nicht nur an haus in die tonne und ärgert euch dann nächstes jahr drüber was ihr alles nicht gemacht habt das wäre ein bisschen schade drum für die arbeit und die mühe die ich mir gemacht habe aber drücke die daumen und bin zuversichtlich dass der ein oder andere da noch was mit anfangen kann also ich wünsche euch was macht's hübsch tschüss abonniere euch 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 abonniere euch